Tatsache ist, dass es keine Vereinbarung zwischen dem FC Bayern und Max Eberl gibt Am Tag vor dem Spitzenspiel zwischen Leipzig und dem FC Bayern, 2 zu 2, sorgte die Abschiedsentscheidung von RB Sportdirektor Max Eberl für Aufsehen Diesmal sprach Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß beim Kicker Hoeneß sagte, er sei von dem Zeitpunkt überrascht und dementierte vehement Gerüchte Der Abgang Eberls stehe in direktem Zusammenhang mit einem möglichen Engagement des 50-Jährigen beim deutschen Rekordmeister Fakt ist, dass es zwischen dem FC Bayern und Max Eberl keine Einigung gibt, sagte er am Sonntag mehrfach Diese Trennung ist lediglich eine Angelegenheit zwischen RB Leipzig und Eber, alles andere ist hypothetisch Am Tag vor dem Spitzenspiel zwischen Leipzig und dem FC Bayern, 2 zu 2, sorgte die Abschiedsentscheidung von RB Sportdirektor Max Eberl für Aufsehen Diesmal sprach Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß beim Kicker Eber Gerüchte dementiert, FCB Ehrenpräsident Uli Hoeneß Eipner dementiert Gerüchte, FCB Ehrenpräsident Uli Hoeneß Im Wago Eipner Hoeneß sagte, er sei von dem Zeitpunkt überrascht und dementierte vehement Gerüchte Der Abgang Eberls stehe in direktem Zusammenhang mit einem möglichen Engagement des 50-Jährigen beim deutschen Rekordmeister Fakt ist, dass es zwischen dem FC Bayern und Max Eberl keine Einigung gibt, sagte er am Sonntag mehrfach Diese Trennung ist lediglich eine Angelegenheit zwischen RB Leipzig und Eber, alles andere ist hypothetisch Hoeneß lobt bekanntlich Eberl, der in der gesamten Jugendabteilung des FC Bayern spielte und 1991 in einem Bundesligaspiel zum Einsatz kam Mittel- bis langfristig wird auch versucht, die Position des Sportdirektors zu besetzen Die seit der Entlassung von Trainer Hassan Salihamid sie quakant ist, obwohl gerade erst der neue Sportdirektor Christoph Freund ernannt wurde Hoeneß sagt jedoch, dass diese Pläne nichts mit einem Abgang Eberls aus Leipzig zu tun haben Deshalb will der FC Bayern Boateng konkreter es die Persönlichkeit von Jerome Boateng beim FC Bayern Der Verteidiger trainierte am Sonntag erstmals und könnte bis zum Jahresende bzw. Saisonende verpflichtet werden Manager Thomas Duchel schätzt den 35-jährigen See und er wog einst, ihn zu Paris Saint-Germain zu holen Boateng spielte seit der letzten Saison keine Rolle mehr bei Olympique Lyon und sein Vertrag läuft im Sommer aus Der Weltmeister von 2014 spielte von 2011 bis 2021 für den FC Bayern, gewann mit den Münchnern zweimal die Champions League und wurden neunmal deutscher Meister Auch wenn er persönlich gesund bleibt, bleibt abzuwarten, wie bereit er sein wird Mati Stilett hat sich am Knie verletzt und wird voraussichtlich bis zum Ende des Länderspiels in der Innenverteidigung pausieren Ayoab Ameekano hat weiterhin Probleme mit seinem Schambein und Kim Inece hat Muskelprobleme Wenn Tuchel Boateng diesen Wunsch wahr werden lassen will, daher sind Alternativen willkommen